So, jetzt wird's ernst. Einer der genialsten Ausflüge in diesem Hausbau zum Betonwerk Uga. Angekommen. Hier werden alle möglichen Betonfertigteile hergestellt. Unter anderem, naja, ihr könnt es euch wahrscheinlich denken, die Betondecke für das Haus. Ach, da ist er ja schon, Herr Rühlemann. Sehr erfreut. Danke vielmals, dass wir die heiligen Hallen hier miterleben dürfen. Sie stellen ja hier Fertigbetonteile her. Nur Decken oder machen Sie auch andere Sachen? Alles, was der Hochbau braucht. In die Tiefe gehen wir nicht. Decken, Wände, Treppen, Balkone, Rüstung und vielleicht auch mal einen Sturz, den der Mann an der Baustelle sich über Kopf schalen muss. Das machen wir auch hier. Wir leben die eigene Platte beim Gießen. Das ist... Ach, ist das geil. Aha, hier eine Decke. Das ist der erste Tisch vom Herrn von Bernitz. Oh, ich komme zur rechten Zeit. Das ist ja Trauma. Schaut euch das an hier. Kleine Mainz-Cementchen, die das voranziehen. Und wo ist der famose Betonroboter, von dem alle sprechen? Das ist das Ding da. Ja. Wie wurde das früher gemacht? Bleistift, Zollstock und dann wurde die Länge ausgemessen. Und anhand einer Einzelplatzzeichnung wurde alles händisch mit Bleistift und Zollstock erledigt. Die maßliche Geschichte gehört ihm. Also wir haben keinen Einfluss mehr. Die Frau Wacken und die Frau Rohwald in Heiligstadt, die sind für die technische Bearbeitung der Platten zuständig. Und wir tun das fertige Produkt hier runtergeliefert, arbeiten das auf, schicken das zum Roboter, schicken das zur Steilersiegel und schicken das zum Betonverteiler. Wir haben auch früher beim Betonverteiler mit der Hand und mit dem Fußpedal den Beton rausgelassen oder ich habe ihn wieder zugemacht. Das macht jetzt auch ein Roboter oder ein automatischer Betonverteiler. Jetzt gucken wir uns auch nachher. Ach, spannend. So, jetzt kommt der nächste Tisch. Da werden jetzt gerade noch die Schienen runtergenommen hinten. Ja. Dann fährt er durch die Sauberabmachanlage, durch die Bürstenanlage durch. Danach wird er eingehebt und kommt hier vorne an, weil dort stehen wir oben, der war. Und dann wird aufgeblättet. Und das können Sie sich dann gerne mal... Okay. Aber damit der Roboter bearbeiten kann, muss ich Ihnen sagen, welcher Treschiff an der Reihe ist. Okay. In diesem Lager sind zehn verschiedene Längen von Abstellern, die der Roboter nach Kuhpünken und nach Berechnung sich rausnimmt, welche er braucht. Bei 5,70 Meter kann er die 2 mal 6 Meter nehmen, das ist 30 Zentimeter zu viel. Dann nimmt er 3 Meter und 2 Meter. Wenn Sie ein, zwei Stunden hier sind, wiederholt sich der Vorrat. Wird das alles klar? Okay. Nächstes Mal wollen wir uns anfangen. Gut. Sofort. Sofort. Jetzt weiß er, er weiß durch die Sensoren hier vorne, was für eine Länge kommt. Okay. Und da weiß er auch genau, in welchen Fach die Länge weinstortieren kann. Er macht jetzt Ordnung hier. Er macht jetzt Platz für den nächsten Tisch, der ausgestattet. Das bräuchte ich für meinen Kleiderschraß. Darf man von Zahlen sprechen, was sowas kostet? Ja, sicher. Das kostet mir eine 3 oder eine Million. Kippt die Schale dann nochmal dazu. Auch nochmal 200, 250. Also eine ganze Million. Wir reden von einer Million Euro Invest. Okay. Wahnsinn. Nur das Teil hier. Nur das Teil hier. Aha. Hier ist die Bursteneinheit drin, eine große Weizenbrust. Der misst den Tisch aus. Der misst den Tisch aus. Weil der Tisch könnte sich ja immer wieder ein bisschen bewegen. Er steht immer ein bisschen anders. Er steht immer bei Millimeter. Genau. Und er macht das jetzt, mit welcher Präzision misst er aus? 2 Millimeter, Unterschied an 12 Millimeter. Oh, was macht er da jetzt? Da kommt wahrscheinlich meine Aufkantung hin. Okay. Und was sprüht er da drauf? Der Mann, der den Tisch jetzt mit Rüben und Reiter bearbeitet, weiß, dass dort ein Einbau läuft. Ach, das sind meine, das sind die Aufkantungen von den Treppen. Genau. Und hier eine kleine Ecke rein. Ja. Und hier hinten ist dasselbe nochmal. Das ist für die Wohnung Nummer 2. Ach, ist okay. Seht ihr, hier wird jetzt alles eingezeichnet. Die Durchlässe werden auch eingezeichnet. Damit man, ich weiß nicht, ob wir das sehen können, dort. Das ist eine Aussparung. Wofür die ist, weiß ich nicht mehr, ob wir wissen das. Ich weiß das, ganz genau. Boah, das ist ja terminisch. Magnet. Na, komm schon. Zack, wird hingelegt. Und wie hält das jetzt fest? Das ist ein Magnet, der wird runtergegriffen. Der wird runtergegriffen. Ich zeige euch gleich so die Schüge. Und mit welcher, welche Kraft hat dieser Magnet? 1000 Kilogramm Haft. Das heißt also, Menschenhand kriegt der nicht ab. Also habt ihr verstanden? Da sind so kleine Knöpfe. Ich weiß nicht, ob ihr sie sehen könnt. Und gleich werden die runtergedrückt. Passt auf, gleich macht das. Zack. Bumm. Habt ihr den Knall gehört? Da sind die Magneten jetzt runtergekommen. Und diese Magneten, die da drin sind in der Schiene, die halten 1000 Kilo Gewicht. Mit welcher Präzision legt ihr die Teile dahin? So sauber arbeitet es kein Mensch. Ach ja. Also auf einen Millimeter genau. Also Leute, es funktioniert folgendermaßen. Wir haben hier diese Begrenzungen. Die haben eine gewisse Grobheit. Und wenn jetzt, also diese Eisenware hat ja selten präzise die Länge, die man braucht. Und dafür haben die dann so Zusatzelemente. Die werden dann zugeschnitten und da reingepackt. Und vervollständigen das Stück, was noch fehlt. Wir haben jetzt die Probe, die wir reden hierüber. Okay. Super, jetzt fährt der Tisch weg. Der Tisch fährt jetzt weg. Und jetzt kommt die nächste Platte. Seht ihr hier, der wird jetzt dort angehoben durch diesen Schlitten. Und fährt jetzt raus, wird quasi auf diese Straße hier gehoben. Von der Straße dort weg, hier rüber. Und ab geht's. Alter, geil. Das ist ja echt irre. Was wiegt so ein Tisch? Fünf Tonnen. Fünf Tonnen. Ist ja wahnsinnig effizient, diese Arbeitsweise. Können wir darüber mal sprechen? Das läuft also parallel. Die Zubereitung von Tischen und die Zubereitung des Eisens. Stahl, Richt- und Schneidemaschine. Durch Messer 6, durch Messer 8, durch Messer 10, durch Messer 12, durch Messer 14, durch Messer 16. Ihr habt Durchmesser 16 auf Rolle. Das ist ja Wahnsinn. Wie kriegt ihr das? Das sind ja Kräfte da. Das sind ja Kräfte, um das gerade zu kriegen. Das ist 8er. 8er. Und da hinten ist 16er. Leute, 16 Millimeter auf Rolle. Also, oh Gott. Allein das Gewicht der Rolle ist ja schon mal eine Welt für sich. Aber dann das zurecht zu biegen und gerade zu biegen, unfassbar. Da ist ein Kran, um dann die Rollen hier reinzuheben, weil die hebst du natürlich nicht per Hand. Ist ja logisch. Kann man sagen, welche Effizienzsteigerung ihr hier hattet durch die Automatisierung des Stahlschneidens und der Tische? Das grenzt an 100%. Bitte gebrückt. Okay. Okay, er stellt sich jetzt ein auf eine andere Reise. Wo wird geschnitten? Aber ihr macht hier nur das Tröpfen an den Enden. Ihr macht jetzt hier keine Vierecke oder dergleichen. Können wir. Wenn die eine Platte fertig ist, taktet der weiter. Ah. Dann macht er Stop. Dann nehme ich die Platte raus und dann taktet der weiter. Dann macht er die Gäste. Okay, hier wird also konfektioniert pro Platte. Genau. So, jetzt werden hier die Durchlässe platziert. Schaut euch das mal an. Das sind die Durchlässe. Ist das Kleber, dieses weiße Zeug? Denk ich auch gleich. Okay. Das ist das Kleber. Ja. Das sieht so aus und der löst sich auf. Gut. 180 Grad auf. Okay. Und dann, hier wird jetzt Kleber draufgepackt. Erstanden. So. Und dann, wie heißt du? Benedikt. Benedikt geht jetzt zur richtigen Stelle und bringt die Durchlässe an. 15 cm Durchlässe haben wir uns gewünscht. Wurden auch so gemacht. Genau. Wunderbar. Seht ihr? Das ist schön präzise. Sehr schön präzise. Wunderbar. Danke, Benedikt. Wunderschöne. Sehr schön. Und die Styroporteile, da habt ihr jede Menge und die schneidet ihr dann in Stücke. Die werden jetzt nicht hier irgendwie geformt oder so. Und da gibt es einen heißen Grad. Seht ihr? Ah, ihr schneidet also auch die Platten zurecht in der Größe. Verstehe. Da haben wir das Styropor. Da schneiden wir mit den Rechteckigenaussparungen oder wie eben auch mit den Runderaussparungen. Und das sind die meisten, die wir dazwischen platzieren. Auch mit Kleber dann. Alles mit Heißkleber. Ja. So. Hier werden die Gitterträger jetzt vorbereitet. Auf die richtige Länge. Ah, er muss nicht einmal messen, sondern das macht das Filet automatisch. Steht hier dann richtig dabei. Welche Länge? 4,42 Meter. Und dann wird wahrscheinlich noch ausgelöst. Zwei Finger. Bisschen sich. Brutal. Das muss man auch mal im Leben gemacht haben. Hier wird gepuffert, damit, verstehe, damit. Wenn nirgendwo Wartezeiten entstehen. Hier vibriert alles. Meine Platte. Und jetzt kommt der Ausgangspunkt. Und jetzt fängt er an, diese beiden Platten zu betonieren. Aber in den unten ist der Beton. Und da kommt der Beton. Auch eine von Berlitz-Platten. Eine von Berlitz-Platten wird betoniert. Leute. Alles schön betoniert. Wahnsinn. 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 Hier wird also jetzt genau ermittelt, wie der Schalungstisch liegt. Weil wenn der Schalungstisch einfährt, dann hat er ja immer wieder eine neue Position. Das ist ja nicht auf den Millimeter genau. Er muss es aber auf den Millimeter genau wissen. Jetzt werden eingezeichnet. Verschiedene Durchlässe und dergleichen. So, jetzt werden aus dem Magazin die Schalungsschienen die passenden rausgeholt. Und exakt platziert. Und zwar auf den Millimeter genau. Genau. Genauer, als das ein Mensch machen könnte. So, und da werden auch wieder die Magneten ausgelöst. Die nächste Schalungsschiene wird platziert, die Haltermagneten ausgelöst und fest sitze. Und dann ist der Tisch auch schon bald fertig, um die Bewehrung zu bekommen. Was hast du da gerade gemacht, Bernhard? Hab schon gehört. Und die verteilst du jetzt immer in gleichmäßigen Abständen oder ist das je nach Platte unterschiedlich? Ja, je nach 50 Zentimeter. Immer? Ja. Das ist die Regel? Ja. Also damit fängst du an. Alexander, du hast jetzt gerade die Dosen platziert, die vom Plotter schon vorbereitet wurden. Die werden auch geklebt mit Kleber? Mit Magnet. Mit Magnet. Die haben Magnet integriert. Zack, ruckzuck geht's. Okay. So. Hier haben wir also jetzt. Durchlast ist platziert. Die Grundeisen unten drunter, die Abständshalter sind platziert, auf die dann jetzt die Gitterträger draufgelegt werden. Benedikt, du machst jetzt die ersten Eisen drauf auf die Platte, richtig? Ja, aber leider nicht allein. Alex und Benedikt legen los. Jetzt geht's ab. Boah, die Jungs sind auf Zack. Und ab geht die Post. Wahnsinn, nur durch Schütteln kriegst du das so präzise hin. Ja. Wie lange hast du dafür gebraucht, um das draufzuhaben? Ja. Nicht lange. Nicht lange. Wie lange machst du das hier schon? 18 Jahre. Wie, wie? 18. 18 Jahre. Seit 18 Jahren bist du hier? Ja. Du gehörst zu den Mauern? Ja. Das heißt, du hast auch erlebt, bevor hier automatisiert wurde. Ja, ja. Habe ich auch mitgemacht. Hast du es lieber automatisiert oder war es? Nee, es ist lieber so hier. Ich brauche mal weniger tragen. Oh, das macht er so mit einer Hand. Gleichgewichtsübung. Wahnsinn. Wahnsinn, die haben es drauf, die Kerle. Normalerweise gehst du mit zwei Mann und verlierst dabei wahrscheinlich noch eine Hand. Vorher an JOURns zu kommen. Groöng. Hey. Der Mann mit dem Finger. Wenn ihr es loslässt, dann geht es nicht mehr weiter, richtig? Okay, eine Mann-Totsicherung. Bye, bye. Die nächste Platte. Also diese Tische werden optimiert von der Planung her, damit sie möglichst gut ausgenutzt werden. Sprich, wenn jetzt für mein Projekt, ich weiß nicht, nur noch eine Platte übrig wäre zu machen, dann wird natürlich von anderen Projekten dazugenommen, so wie es am besten passt. Und dieser Tisch jetzt hier ist rein für unser Haus. Ein ganz purer Tisch. Und hier wird aufgeklebt, die Durchlässe. Und schon werden die unten drunter, die Abstandshalter platziert. Die Abstandshalter führen dazu, dass, wenn jetzt die Gitterträger da drauf gelegt werden, die nicht direkt auf der Platte liegen, sondern eben hier drauf und somit die Betonunterdeckung gewährleistet ist. Jetzt wird geschnitten. Da hast du die aber verdient, du. Ja, du bist kurz vor der Rente. Das ist aber ein Privileg, dass unsere Platte von dir gemacht wird. Ja, ich bin gerade beim Schneiden und da muss man einfach mal innehalten. Bernhard, 47 Jahre Arbeit in Betonmärkten. Tag ein, Tag aus. Und zahlt in die Rente ein. Und ist da. Ich habe den ja erlebt. Ich habe den drei, dreieinhalb Stunden sowas in der Art. Eine Natur. Der geht seiner Arbeit nach. Der diskutiert nicht. Der macht. Der macht am laufenden Band. Hat ein Lächeln auf dem Gesicht. Und ist offensichtlich ein herzenslieber Mensch. Also, den getroffen zu haben, das war es wert. Schon allein deswegen dieser Ausflug. Bernhard, ich wünsche dir eine traumhafte Zeit nach dieser Arbeit. Genieß die Rente. Genieß dein Leben. Bravo. Typen wie dich braucht unser Land. Schön. Dank dir. Also, das gibt dieser Platte nochmal was ganz Besonderes. Da hat jemand über 40 Jahre geackert. Und wir dürfen in den letzten Monaten nochmal von ihm eine Platte bekommen. Ich habe gerade gehört, dass Bernhard seit 47 Jahren in dem Metier ist. Und jetzt im Januar geht er. Der Beste. Der Beste, ja. Wahnsinn. Wahnsinn, was der alles erlebt haben muss. Ja, der kann es auch nicht erzählen. Und so bescheiden. Aber das erlebe ich immer wieder im Handwerk. Die Menschen sind unheimlich bescheiden. Jetzt ganz minutiös aufgeklebt. Was nötig ist, weil das konnte der Roboter nicht automatisch mit diesen, wie nennen sich diese Metalldinger da? Schalschienen. Schalschienen. Schalschienen können halt nicht alles abdecken. Und was nicht von den Schalschienen abgedeckt wird, das wird hier mit Styropor aufgeklebt. So, jetzt kommt die Platte zu ihrem Gießvorgang. Das ist die letzte des Tages für unser Hausprojekt. Oder das sind die letzten des Tages. Alles ist bereit. Die Oberfläche gefettet. Die Durchlässe platziert. Die Eisen platziert. So, wie es vorgesehen ist. Gitterträger, Zulagen, Abstandshalter. Ja, und jetzt wird es ernst. Und ab geht's. Ganz gleichmäßig wird die richtige Menge an Beton eingeführt. So sieht das jetzt erstmal aus. Die richtige Menge an Beton ist da. Aber noch nicht fertig verteilt. Und wie das funktioniert, das sehen wir jetzt gleich. Und jetzt beginnt der Prozess des Ausgleichs. Ihr könnt das nicht spüren. Aber ich schon. Hier wackelt alles so ein bisschen mit auf den Boden. So, dann wird der Beton ordentlich verteilt. Jetzt ist alles schön gerade. So, und jetzt kommt der letzte Schliff. Oder Unschliff, eher gesagt. Und zwar wird die Platte nochmal aufgeraut. Damit dann der Verbund zwischen diesem Beton, der dann hier aushärten wird, und dem Beton, der dann auf der Baustelle draufgegossen wird, damit der stimmt. Und hier ist noch ein bisschen Handarbeit nötig. Hier werden die Gitterträgel nochmal oben sauber gemacht, damit die Platten gut aufeinander gelagert werden können. Hier wird etikettiert. Mal gucken. Ja, das ist für uns wunderbar. Und jetzt kommt das ganze Paket in die Lagerung. Da sind ein paar Tonnen, die da hochgehoben werden müssen. Ja, ja. Und ab geht die Baust. Haia, haia machen. Knappe 24 Stunden trocknen. Bei den Temperaturen in der Wärmekammer. Da wird ein bisschen gewärmt. So, und jetzt sind wir dabei. Bei der Geburt einer Platte. Die wird jetzt aus ihrer Schalung gehoben. Ist der größte Belastungsmoment, den die Platte in ihrem Leben ertragen wird. Denn sie wird jetzt, sie ist ja jetzt wirklich total passend drin. Und um die rauszubekommen, ist dann natürlich ein gewisses Vakuum. Und ja, ich mach mal schauen. Wie das anfühlt. Da kommt sie raus. Zack. Sauberst. Eine schicke Platte ist geboren. Kriegen die auch Namen bei euch, die Platten? Nein? Nur Nummern. Nur Nummern. Die Armen. So viele Väter am Meer. Gibt es hier noch Mütter, oder? Nur die Pin-Ups. So, jetzt wird die Platte frei gemacht. Zack. Ausgehebelt. Die Magneten. Weggeräumt. Auf die Produktionsstraße. Dort wird sie der Roboter reinigen und einsortieren. um sie dann aus seinem Lager wiederzuverwenden. Christian, wie lange machst du das schon? Sechs Jahre lang. Sechs Jahre. Ja, sechs Jahre. Ich bin eigentlich, aber wo ich so aussehe, wie hier eigentlich mache ich Treppenbau. Treppenbau? Ja. Ich bin gelerter Zimmermann. Hier im Werk aber. Hier im Werk. Ja, aber in der anderen Halle. Okay, ich verstehe. Okay. Und jetzt geht der Tisch in die Reinigungsanlage. Wird hier mit Bürsten gereinigt. Erst an der Seite, wie wir hier sehen. Hier richtig schön poliert. Und da wird alles abgeschraubt. So, hier haben wir die ganzen Reste. Die werden dann irgendwann weggeschifft, nehme ich mal an. So, und hier kommen jetzt die Schalungsschienen, die nicht mehr in Gebrauch sind, also die jetzt gerade vom Schalungstisch entfernt wurden, wieder zurück, fahren hier ein und werden dann vom Roboter in sein Lager wieder zurückgeführt, von wo aus er sich dann bedienen kann. Und wie lange machst du das schon hier? 13 Jahre. 13 Jahre. Okay. Kennst hier jeden Handgriff in- und auswendig. Bist du dir eigentlich bewusst, Charlie, dass du hier Träume realisierst? Das ist doch ein tolles Gefühl, ne? Ihr habt hier eine tragende Rolle, im wahrsten Sinne des Wortes. Sven, und seit wie viel Jahren machst du das hier? Sieben Jahre. Sieben Jahre. Ihr seid ja alles Urgesteine hier in dem Betrieb. Hier ist ja kein Kommen und Gehen. Ihr seid glücklich hier. Ist nicht so wie anders. Ist nicht so wie anders. Eine eingeschworene Gemeinschaft. Merkt man auch. Ihr seid echt gut zusammen und es ist eine gute Stimmung zwischen euch. Schön. Glückliche Platten macht das. So, und jetzt werden die Platten wegtransportiert. Bis zu 18 Tonnen kann der hochheben. Der gute Kerl. Und ab zum Lagerplatz. Von wo aus. Dann die Lastwagen bestückt werden. Und dann geht's zur Baustelle. Und dann werden Träume realisiert. Bis zu 18 Tonnen kann da.